Wenn der Schnee langsam weggeht, ist meistens im März in Genf der Salon. Das Highlight der Schweizer Autoszene. Jean-Louis Vidal und Félix Stockhard, vor allem die Motoren, sind an den Salon Genf gereist und geben Ihnen einen Überblick über die Autoneuheiten, die dieses Jahr bei uns in der Schweiz zu erwarten sind. Wir werden aber auch ein bisschen aufzeigen, wo die Tendenzen liegen, was abgeht, in welche Richtung sich Technik entwickelt. Schwergewicht ist aber eindeutig, was gibt es denn für Sie tatsächlich in der Autogarage zu kaufen. Jean-Louis Vidal und Félix Stockhard von Genf.